Da geht es schon los. Jedenfalls werde ich jetzt wählen und jetzt gehe ich mit Jill und Sunny raus in den Wald. Aber ich kann leider nicht mit den Schwimmen gehen. Der Jörgen hat da gerade Zeckenzeug drauf gemacht und dann darf man eh den Tag nicht ins Wasser gehen. Das ist natürlich scheiße jetzt, aber was soll es denn? Im Wald reicht mir hoch, weil es voll die Härte, was da alles zu sehen gibt. Alleine durch den Frühling, alles ist da neu und so viele Pflanzen, so viele Arten, das ist wirklich der Hammer. Okay, ich wünsche euch das auch. Na ja, habe ich ja schon. Also bis bald. Ciao.